Hallo und willkommen zu einer Folge Temtem. So, wir betreten heute hier die zweite Arena. Also, habe ich mich nach Fernumnesien gestrichen und sie zu diesen Banyan verfolgt. Dort hatten sie sich verballgradiert und dann ist Niona aufgetaucht. Niona? Den Namen kenne ich doch. Ein junger Bendigerin aus dem Dojo in Abelisoda. Ich glaube, ihr beiden habt euch in Dennis getroffen. Ach ja, in Tokesa. Ich erinnere mich. Schieb mir eine gute Person zu sein. Glaubst du, dass Niona mit dem Belsotto unter einer Decke steckt? Ganz bestimmt nicht. Niona hat sie aus der Windgewandten Festung vertrieben und mir dann geholfen, den Riesen-Banyan zu infiltrieren. Ich habe also etwas herausgefunden. Die Dottie steckt hinter dem Aufruhr in der Windgewandten Festung und sie war auch beim Riesen-Banyan. Das bringt sie mit Dr. Hamijo in Verbindung. Der seit seinem Rauschmiss aus dem Nanto-Laborn offensichtlich einige Verbündete von zweifelachter Ruf um sich geschart hat. Ich frage mich, ob Niona immer vom Teufel spricht. Hör auf zu tauschen und komm her, Niona. Da sieht man sich wieder an Niona. Auch wenn sie es mir anders gewünscht hätte. Nun boah, Niona hat Dr. Hamijo aufgehalten. Wenn du mich fragst, bin ich ziemlich froh, dass du Niona aufgetaut ist. Wenn das so ist, nun, es ist offensichtlich, dass sie etwas Großes im Busch ist. Dass Nelotti und Dr. Hamijo Freunde sind, ist sehr unwahrscheinlich. Eine der ungenadengefallene aburianische Aristo und eine abtrünniger Kipan-Ki-Wissenschaftleiter, die mit ihrem Namen hier mal von irgendwelchen Orten und so, ey, die gemeinsame Sache machen. Und wir wissen nicht einmal, woran sie arbeiten. Doch, eigentlich schon. Wir wollen dann ein ultimatives Kristall-Temtem erstellen, die Diamant-Temtem erstellen. Nun hat die Operation am Anab verhindert. Aber das sah aus wie ein Teil eines größeren Plans. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas alleine auf den Beinen stellen. Jemand leitet sie an. Wir wissen nicht wer und wir wissen nicht warum. Klar, ein Besoto. Was immer das ist, ist viel größer, als wir angenommen haben. Nun, du bist der Ermittler. Was steckst du vor? Du bist mein Auftraggeber. Du hast die Erzbendierin erwähnt. Ich habe gehört... Ich habe gezögert, sie wegen so einer Trivalen Angelegenheit zu kontaktieren. Aber du hast recht. Die Sache ist zu groß für uns allein. Nun gut, lass mich schauen, ob ich die vier Erzbendiger erreiche. Ich glaube, ich weiß, wo zumindest einer von ihnen zu finden ist. Ich habe die Spur eines anderen in Airberry. Ne, Juna, willst du mich doch schon begleiten? Du kannst gut mit Tentem umgehen. Es gibt dann auch eine weitere Spur, der ihr folgen könnt. Meine Kontaktperson in Kisiva wird schon eine Weile lang von ungewöhnlicher Aktivität. Ja, ich hatte das nicht ganz ernst genommen. Aber jetzt fürchte ich, dass eine Sorte dahinter steckt. Und wir können uns nicht mehr überrumpeln lassen, Alter. Als sie in Dennis war, haben sie die Besoto in Orminesien zugeschlagen. Diesmal müssen wir gegenseitig hervorgehen. Nun gut, bringen wir die Truppen zum Einsatz. Wenn ich nach Airberry gehe, kann Juna deine Kontaktperson in Kisiva treffen. Nicht so schnell, du bist ein Profi-Kalos, aber Juna ist das noch nicht. Es ist eine Sache im Kampf gegen Nellie Lottie, einmal Glück zu haben oder ein paar Besoto abzudenken. Aber wenn ein Clan Besoto wirklich größer ist, als wir anglauben haben, dann können wir die Juna nicht einfach so ins Ungewisse schicken. Deine Entscheidung, Tihani, du bist der Boss. Ich muss jetzt los, wenn ich das Luftschiff nach Airberry noch erwischen will. Juna, wenn du den Boss hier überzeugen kannst, sehen wir uns in Kisiva. Du findest mich im Savant Club, uhu. Okay. Ha, nun, eine Sache hat er recht. Ich bin hier der Boss und ich könnte mich nicht verzeihen, wenn dir auf der Jagd nach dem Besoto etwas zustößt. Also beweist mir, dass diese Aufgabe gewachsen ist. Okay, jetzt geht's ins Dojo. Schöne, was sie drauf. Ja, ich schätze mal, die Skisiva. Das ist ja wahrscheinlich der Dojo auf der nächsten Insel. So, es ist aber auch einfach wieder Feuer, ja. Wie quasi die eine, die wir schon mal hatten. Oh lol. Alter. Erst mal die Einschritte zu weit gemacht. Wenn ich vorne schon mal die Kante ging. Ein bisschen Buschlaufen hier. Ja, das sieht ja schon mal entspannt aus, so um rechts darüber zu kommen. Ach du Kacke, ey. Okay, wir müssen erst mal wir das Toolbar hier wegklatschen. Wie ist denn der Schlag? Das haben wir noch nie gesehen. Glaub ich. Beteiligung sinkt. Und gesalpert. Okay, dann machen wir ja. So. Damit das einsteigt ja kein, kein Ding mehr, ne? Aber dafür, aber auch da muss ich dann schon mal. Und daher macht's auch keinen Unterschied. Ob wir einfach mal, dass es tutet. No, ach komm ey. Ich will so ein Napi. Das sind immer so doppelt ägerlich, denn gefühlt, ey. Dann sagt man, vielleicht mal noch weiter. Wenn ich mir nie angreifte, ist mir egal. So, dann machst du jetzt den hier auf ihn. Ich bitte, du machst ihn hier auf ihn. Gefängig. Na ja, ist aber überlebt. Aber er schläft jetzt allerdings eine Runde. So, dann machst du jetzt minimal Damage hier einmal. Du chillst einfach. Äh, davon abgesehen, können wir eigentlich auch mal wieder hier durchtauschen. Mal wieder so. So, das Atem soll ich auch mitnehmen. Durch Feuertechnik hätte ich mehr Schaden, ist um 10% reduziert. Der Stasenffekt verbrennen wird verhindert. Okay, wir haben jetzt quasi um 20% reduziert einmal, ne? Mit Feuerattacken. Da ich glaube ich lieber den, also verbrennen. Okay, klar, wenn sie ihre Blut einsetzen, dann verbrenne ich immer. Aber das ist mit den 20% weniger Schaden, dann doch irgendwie lieber. Aber dann kann man auch so, wenn ich ja hierher, ne? So, andere Seite nochmal. Das ist ein Trainer. Ja, ich habe Schlechtigkeit, ob wir hier umliegen sehen. Ich sehe, dass wir da eh zehnmal müssen, soll ich sagen, weil. Okay. Du. Das müsste ich ja nicht mehr austauschen in dem Feuer. Das habe ich wieder unten auf. Und ich weiß nicht, warum ich da unten hänge, auf diese scheiß Skriptaste. Es ist auch egal, ey. Jetzt können wir auch drinnen bleiben. Jetzt können wir auch drinnen bleiben. Jetzt können wir es aber klapp machen. Das Ding ist ja überhaupt, du tust das sogar. Aber das hat langsamer, weil du einst hast, aber dynamisch nehmen wir an Kauf. Das wäre jetzt nicht normal, bevor wir den Endboss da besiegen. Und ich könnte natürlich Scherweil, könnte ich das natürlich geben für die Arena hier auf das Item, das kann ich dir gerade wieder platz verleiten. Die können natürlich diesen komischen, das hat es gerade aufgesandelt haben, die Seite dargestellt hat. Auf jeden Fall könnte ich mir das Ding auf jeden Fall geben. Und das finde ich noch. Oder so. War es tot, dass die... War Pflanze gegen Pflanze, war es irgendwie uneffektiv oder so? Ja. Dann greifen wir es aber noch mal an. Ich wollte dann aber hoffentlich das trotzdem ausreiten. Still alive. guck mal kurz was ein altem herrscher hat gar keins sehr gut dann können wir da ja auf jeden fall den rauf tun die feuer schütten da war es nicht an sonnenmilch also ich kann es auch schon wieder durchtauschen sind alle 40 jetzt magma kann ohne feuerattacke die drei runden lang verbrennung verursacht aber nur verbrennung halten also macht keinen schaden wird es jetzt nicht so geil muss ich sagen denn das ist jetzt mal wo sind sie denn wir können das hat er natürlich aber ganz ganz schaden doch macht schaden 290 schaden macht das nach drei runden und ist eine spezielle attacke wenn man das gar nicht ist es auch speziell dass das minimal ist glaube ich speziell für die wir hier wie es dazu verteilt sind ja 74 jahre dann haben wir mal eine feuerattacke auf scara volt auch wenn sie so hier so durch seine technik kurs ist aber immerhin machen wir auf jeden fall eingraben durchweg war ganz gern schon plötzlich auch nicht ich glaube ich würde wahrscheinlich wenn dann er noch das benutzen das stotting da kannst du erst drei runden benutzen aber hey immerhin eine feuerattacke ich glaube die auf die brauchen wir es aber nicht weil du bist ja eigentlich physisch und da hast du deine glutmaßweise auf jeden fall weniger damage denn aber ich hab nicht so viel okay dann kommt nicht mehr mit in den busch dann stelle ich hier jetzt mal aus der oben wahrscheinlich schon hier die ich habe vergessen wie sie hieß tiani oder so sieht oben auf uns warten wird dann als nächstes dann erst mal auf dich hier und wie er eine flugattacke einsetzt weiß wo wir das eh so viel machen noch ein flug hat dann wir toll dann das irgendwie welches ist du mach ob das weiß oder so und so machen naja auf jeden fall eine menge aufbauen das ist immer noch dasselbe ne das ist immer noch dasselbe ne und dann äh 15 haben wir noch ja das ist auch nicht effektiv das schaffen wir doch nicht ne aber wir haben es eh gleich also von daher was ehrlich ich auch nicht full power so jay das sieht ja sehr spaßig jetzt aus ich weiß noch nicht tun aber sonst kann ich keine fläche ich bin ja schon mal gut an hier da kannst du mal der thema obwohl ich bevor der trainer komme ich das ist ein bisschen ok soll ich noch mal jetzt kompletten plattform denn er hat perfekt so so schnell und stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück so da haben wir noch ein trainer und soll noch mehr trainer ja aber ganz oben ist die plattform und ganz oben sehen wir schon da dieses vierkirche dinge so zwei trainer noch sind wir da ja halloi einer wie matthias den kennen wir doch vom schiff ja was macht denn jetzt hier in der arena so das ganze könnte wird es aber wahrscheinlich wahrscheinlich sterben wenn wir jetzt ihn umbringen dann macht er eh damage einmal weil er stirbt und dann ist er dann noch mal vergiftet für eine runde dann scheint geht er hier gleich dann drauf weißt du den ist überhaupt tot ich glaub sogar fast nicht wird auf jeden Fall sehr knapp werden ja toll damit bist du auf jeden fall tot damit bist du auf jeden fall tot tschüss dann schützt du mal ne runde damit du kein damage mehr bekommst so alle Leute da war die Kiste vor mir her das klingt wohl an die Kasse wo ich gegenlaufe so warte mal da kann ich mal kurz auf Skara wollte hinziehen da kann ich mir wieder eine richtige Plattform bekommen da kann ich mir wieder eine richtige Plattform bekommen ok tut in tut in der vom dem der test der auch Du bist auf jeden Fall getötet. So, dann sind wir durch die finale Kampf. So, Fahres, wie stellen wir uns hier auf gegen sie? Bisher hatten wir jetzt alles an Temtems hier, ne? Natur, Flug, Wasser, Feuer, also alles, was wir bisher hatten, war ja gefühlt jetzt vorbei. Lass uns aufsteigen, einfach so wie sie jetzt ist. So, dann einmal heilen. Hup. Finder. Und der erste Komödie, die wir wirklich haben, ist ja mit Loali und Sherald, sodass wir die Gestaltstoff da boosten können. Das haben wir ja nicht wirklich. Ich meine, das war von Loali, die das mit der Gifttempel, die Giftattacke boosten können, die setzen wir eh ja nicht mehr wirklich ein. Und da ist auch ein Komö-Messi, haben wir eh individuell das. So, Feuer und Natur, sag ich nicht gut. Mal gut zu sehen, ja, das Natur, den können wir erstmal nicht so gut angreifen, aber wenn wir drei Runden warten, dann können wir es mit der Feuerattacke wegklatschen. Das Ding ist, warte ich wollen, wenn wir den one-shoten, oder? Und ich habe die Kanäle, wir machen einfach so und vielleicht, vielleicht wollen wir es ja nicht und dann wird auch noch nächste Treffer drauf einsetzen. Ansonsten greifen wir heute hier kernliefern. Das Lächeln hat es ja so sehen, wir haben zwar schon oft gelesen, aber es ist ein Rätsel. Wait. Warum war Wasser als uneffektiv? Was ist der für ein Typ? Okay, Wasser als uneffektiv, also das ist normal effektiv gewesen, das heißt, es muss wieder Gift, Wasser oder Natur sein. Schon ein bisschen high. Das Ding ist Feuer, Wasser. Deswegen war Elektrofahrt auch effektiv. Ich habe immer gedacht, das Ding wäre Flug. Aber das sind keine Flüge, das sind Flossen. Mein Gott, bin ich dumm. Oh gut, warte mal, machen wir jetzt auch mal mit dem machen wir schnell, aber wir haben sowieso keine Ausdauer, ne? Du bist ja, wir waren anspruchen, überlasten, so. Überlasten uns hier nicht. Das ist halt einfach so ein Ausdauer, das ist ein Trick von der Theorie. Ich glaube, dem hat es echt schon mal das eingraben, danach kann man halt das Ding da einsetzen, so ne? Wenn das Feuer 4 E stirbt, das ist ja zu langen, den bräuchten wir nicht mehr Elektrofahrt angreifen, was bringt es nicht. So, einer weniger. So, wir können jetzt mal eine Attacke blocken. Guten Tag. Du Kamma, okay nochmal Wasser. TJa, bei dir machen wir jetzt einfach so. Einmal so, und dann machen wir hier das Ding. wie macht normal ist denn 15 12 ist ja gar nicht mehr wenn man müssen wir das ja schon einsetzen und du frau ist ja zwei machen wir jetzt platt jetzt beide von den schönen auch gegen beide effektiv ja dann würde ich sagen wir müssen die magma kanone vielleicht erst noch mal auf man den hier wir haben sowieso danach auch keine ausdauer mehr ich habe es eher obwohl es kenne ich habe bisher nicht so wirklich etwas angestellt vom damage her man das wasser ding weg das ukama das sind wir ausgewichen das hat sogar überlebt dann dann da dann so viel ausdauer verschwinden vielleicht zweimal den hier lieber nur einsetzen wir haben jetzt 3 wieder ich hoffe dass wir vielleicht einfach wieder schneller sind und den platt machen bevor es eine wassertappe trifft schade ich werde doch irgendein einmal dann töten aber jetzt war ja schneller als wir immerhin haben wir den regenschirm jetzt haben wir doch dann sind unsere ersten beiden temtems noch wieder draußen sind also von da sieht es ja sehr gut für uns aus so überlastet das haben wir auch ganz oft schon gelesen bei diesem rätsel so du bist sie auf jeden fall alles ist grün grün ist meistens pflanze und es fliegt oder schwebt auf jeden fall und pflanze so oder so das ding aber das kenne ich gerade außer gefecht so 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 wird auch mit allen sein das heißt klar wird wahrscheinlich gar nichts mehr so eine stück ist ohne das meinst okay will ich auch sagen wir haben wir den ja auch wieder auch außer gefecht sind wir wieder das wird quasi jetzt einfach alle daumen bringen dann fertig unsere andere temtems auch mal zum einsatz oh lol oder Skarbert ist noch nicht tot aber kommt auch noch was kenne ich jetzt macht ein von beiden wieder das umgehen oder bringt gleich beide um ne das sind immer so feuerattache immer machen ohne okay weiß nicht so schlecht dafür weil ein feuerbalder geworfen worden ist so okay das eine ist ja mental dann holen wir ihn auf jeden fall raus oder wahrscheinlich haben wir noch Loadi mit der flugcombo aber natürlich hat das auch ein flugtemtem cool egal machen wir den erstmal weg und du äh ja was halt mit dem hier machen jetzt boah so viel damage ja 32 schon also aber die können wir das auch schon benutzen so ne so ist nicht aber die sind jetzt hier 33 und 31 so dann 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 machen wir weiter so tun wir es denn und das war mega damage als ich erwartet hab das ist ja auch schon weiter ist alles okay dann machst du das ist noch platt und dann oder dann du kannst schaden daran ja glück am türius kann er vielleicht sogar selber ist irgendwie wenn es so viel Ausdauer ausübt. Dann habe ich mich ja Peter jetzt im Ring verdient. Okay, damit haben wir gewonnen. Ja gut, jetzt fühle ich mich etwas weniger schlecht, dich auf eine Missung zu schicken. Hast du da irgendwelchen Rat für mich? Sei vorsichtig, wir haben die Pläne der Bellesto schon zweimal vereitelt, aber jenes Mal scheint sie größer und befriedert zu werden. Ich habe keine Ahnung, was du in Kiziva herausfinden wirst, aber die Nachrichten meines Kontakts werden immer alarmierender. Trau niemand anderen, äh, trau niemand anderen. In Ordnung, wir wissen nicht, wie viele Agenten Bellesto unter ganz normalen Leuten hat. Ganz abgerissen von Bandigern in meinem eigenen Dojo. Feuere deinen Instinkten, sei gründlich und informiere mich, wenn du Fortschritte gemacht hast. In Ordnung? Ich breche auf. Möge der Boden unter deinen Füßen immer fest sein, Juna. Geh nun, die Narwalt bricht sich ja im Moment auf. Hier ist etwas, das ich ergeben möchte. Ich habe es selbst gezüchtet und für einen besonderen Augenblick trainiert. Es wird sicher gut dienen. Dendry, 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 das war dieses Pflanzen-Temtem, oder nicht? Ja, wow. Der ist selber gezüchtet, deswegen ist es wahrscheinlich eine andere Verteidigung auf 50, schätze ich jetzt aber mal. Dexibel. Und für jeder zwei Runden, die das Temptem auf dem Stachfeld bleibt. Okay, deswegen ist es nicht so schlecht, aber ab auf die Bank. Das brauchen wir nicht. Wo schalte ich unten ganz wieder. Und da ist alles funktioniert. Aber da ist alles funktioniert. Wir haben diesen Kack-Portal bestimmt vergessen, ey. Egal. Okay, ich will aber sagen, was es wollte, brechen wir morgen zur nächsten Insel auf. Und dann finden wir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So.